Tarkan Bakci Heartbreak Gelesen von André Kaczmaczek Produktion Der Audio Verlag 1 Aus unerklärlichen Gründen landet sie immer wieder in der Küche, wenn es passiert. Auf dem kalten Boden, zwischen Herd und Küchentisch. Sie weiß nicht warum, es zieht sie dort einfach hin. So wie Katzen instinktiv einen abgelegenen Ort finden, an den sie sich zurückziehen, wenn sie spüren, dass sie sterben. Natürlich weiß Marie, dass sie gerade nicht stirbt. Leider hilft ihr das nicht sonderlich, denn es fühlt sich trotzdem so an. Ihre Atmung geht flach und schnell, ohne dass sie ausreichend Luft bekommt. Und ihr Herz pocht so heftig gegen den Brustkorb, als wollte es ausbrechen. Marie kauert sich angstvoll zusammen, ohne sagen zu können, wovor sie eigentlich Angst hat. Ihr Hausarzt hat das, was sie durchmacht, als Panikattacken attestiert. Aber Marie findet, das passt nicht ganz. Eine Attacke ist etwas, das einen angreift, den Normalzustand bedroht. Doch was Marie gerade erlebt, greift sie nicht an. Es enttarnt sie. Das ist ihr Normalzustand. Dabei ist Hoffnungslosigkeit ein Gefühl, das gar nicht mehr existieren dürfte, denn es geht komplett wieder die Evolution. Höhlenmenschen, die sich beim ersten Anzeichen von Säbelzahntigern auf den Boden kauern und aufgeben, leben schließlich nicht lange genug, um ihre DNA weiterzugeben. Wenn man heutzutage ein Gefühl echter Hoffnungslosigkeit empfindet, muss die Lage also so schlimm sein, dass selbst Millionen Jahre evolutionären Aussiebens nicht dagegen ankommen. Oder man ist Marie. Dann reicht unter Umständen eine etwas schärfer formulierte Mail vom Chef. Zum Glück ist sie zu Hause, im Homeoffice, wo sie niemand weinen hören kann. Das Schluchzen lässt nicht nach und zieht ihr die Luft aus der Lunge. Marie krümmt sich zusammen und möchte einfach nur verschwinden. Das Schlimme, vielleicht sogar das Schlimmste an diesen Momenten ist, dass sie unendlich sind. Ungefähr so, wie ein Raum unendlich groß wird, wenn es stockdunkel ist. Für Marie gibt es kein Vorher, kein Nachher. Es gibt nur das Jetzt, den Schmerz für immer. Solche Schübe kommen meistens dann, wenn sich etwas in ihrem Leben drastisch verändert hat. Wie vor knapp zwei Jahren, als sie aus dem Studentenwohnheim in ihre erste eigene Wohnung nach Köln gezogen ist. Sie liebt diese Wohnung, denn mittlerweile ist es wirklich ihre. Aber als sie zum ersten Mal in dem leeren, zwanzig Quadratmeter großen Zimmer stand, kam es ihr so vor, als könnte sie sich hier nie zu Hause fühlen. Und da reicht es bereits aus, dass etwas später die Couch in einer anderen Farbe geliefert wurde, als bestellt, um sie in die Knie zu zwingen. Oder damals, als ihre Hauskatze Pompom starb. Da war Marie gerade mal zwölf. In der Zeit brach sie beim kleinsten Ärger so heftig in Tränen aus, dass selbst ihre Mutter, die sie ständig kritisiert, den Spaß am Schimpfen verlor. Alles, was die gewohnte Ordnung umwirft, trifft auch die fragile Stütze, an der sich Maries Psyche anlehnt. Und wenn diese Stütze fehlt, dann reicht der kleinste Stressfaktor, damit sie umfällt. Das kann alles Mögliche sein. Die falsche Couchfarbe, die Standpauke der Mutter oder eben eine Mail. Ursache und Auslöser. Das eine nimmt ihr die Stütze weg, das andere haut sie um. Die Unendlichkeit dauert diesmal etwa zehn Minuten. Marie japst noch einmal nach Luft und kriegt endlich etwas mehr zu fassen. Ihre Atmung beruhigt sich langsam. Ihr Schluchzen wird lautlos. Und sie kann wieder einigermaßen zusammenhängende Gedanken formen. Die Ersten drehen sich sofort um Emil. Immer wieder Emil. Es ist eine Erinnerung. Sie sind im Restaurant. Es ist der Jahrestag. Marie hat ein paar Tomaten auf ihrem Nudelgericht. Emil hebt bereits die Gabel, um sie von dem Gemüse zu befreien. Vor genau zwölf Monaten haben sie dieses Ritual begonnen. Damals, bei ihrem ersten Date, bestellte Marie einen Salat, in dem jede Menge Tomaten waren. Marie liebt Tomaten. Darum schob sie alle beiseite, um sie sich bis zum Schluss aufzuheben. Emil verstand das falsch und schnappte sich mit einem »Wenn du die nicht magst, esse ich die gerne«, den Teller. Und weil er sich über die Extratomaten freute, korrigierte Marie das Missverständnis nicht, sondern gab ihm von da an immer kommentarlos ihre Tomaten ab. Außer heute. Marie ist in Gedanken vertieft, spießt eine Tomate auf und fängt einfach an zu essen. »Warte mal«, sagt Emil verblüfft, »Ich dachte, du magst keine Tomaten.« Marie schaut auf ihren Teller. »Doch«, sagt sie ertappt, »total gerne sogar.« »Warum hast du sie mir denn immer abgegeben?« »Weil du dich so sehr drüber freust.« Emil fängt an zu lachen. »Zwölf Monate«, sagt er. »Zwölf Monate hast du so getan, als würdest du keine Tomaten mögen, bloß um mir eine Freude zu machen.« Marie zuckt beschämt mit den Schultern und fängt ebenfalls an zu lachen. Emil lehnt sich vor und gibt dir einen Kuss. »Ich liebe dich«, sagt er und stibitzt eine Tomate von ihrem Teller. Marie schüttelt die Erinnerung ab. »Heute keine Gedanken an Emil mehr«, nimmt sie sich vor. »Und erst recht keine Erinnerung.« »Der Anfall«, oder wie auch immer man es nennen möchte, ist nicht vorbei. Er ist nur in eine andere Phase übergegangen. »Wie ein Feuer, das mit dem Ende der Stichflammen nicht sofort erlischt, sondern noch stundenlang glühen kann. Manchmal sogar tagelang. Morgen wird es ihr nicht wieder gut gehen, nur anders schlecht. Statt verzweifelt wird sie apathisch, statt aufgewühlt komplett leer sein. Die Hoffnungslosigkeit bleibt, sie schlüpft nur in ein anderes Gewand. Wie soll sie es so schaffen, morgen zu arbeiten oder überhaupt aufzustehen? Wenn sie nur daran denkt, dass sie aufwacht und immer noch sie selbst ist, kriegt sie Krämpfe. Aber sie ist erschöpft genug, um dem Gedanken nicht folgen zu müssen, um gar nichts mehr denken zu müssen, um sich einfach nur auf den Boden zu kauern und auf die Säbelzahntiger zu warten. Sie reißt ein längeres Stück Papier von der Küchenrolle ab, mit dem sie sich die Augen trocken tupft. Ihre Wangen glühen, aber sind mit Sicherheit wie immer schneeweiß. Käsig, nannte ihre Mutter Maries Hautton oft abschätzig. Marie fand das immer verletzend und verteidigte sich irgendwann. Ihre Haut sei nicht gelb, protestierte sie, nur blass. Stimmt, sah ihre Mutter ein und sprach seitdem von Totenblässe. Nicht viel besser, aber Marie war einfach froh, nicht mehr ihr Käsekind zu sein und belies es dabei. Sie atmet noch einmal tief durch, kämmt sich mit den Fingern den dicken schwarzen Pony zurecht und steht auf. Im Flur vermeidet sie den Blick in den Spiegel. Sie weiß, was sie sehen würde. Ein spitzes Kinn? Mag sie nicht. Hohe Wangenknochen? Mag sie? Glatte, schulterlange, schwarze Haare? Mal okay, mal schrecklich, je nach Tagesform. Und wahrscheinlich sind ihre blauen Augen gerade sehr hell. Denn Marie könnte schwören, dass das Blau ihre Augen frühmorgens und nach dem Weinen immer viel heller ist als sonst. Vielleicht wirken sie auch nur im Kontrast zu dem geröteten Weiß um ihre Augen und den dunklen Augenring so. Jedenfalls nichts, was sie sehen möchte. Sie lässt den Spiegel hinter sich und schlurft mühsam in Richtung Bett. Obwohl sie körperlich komplett erschöpft ist, kann sie noch nicht schlafen. Erst muss auch ihr Kopf zur Ruhe kommen. Dafür braucht sie etwas, das sie ablenkt und ihr ein gutes Gefühl gibt. Etwas, das ihrem Hirn erlaubt, Pause zu machen und sich zurückzulehnen. Sie greift sich ihren Laptop und entscheidet sich für Modern Family. Sie kennt bereits jede Folge auswendig, aber genau darum geht es. Sie kennt die Serie, wie man einen guten Freund kennt. Es ist etwas Vertrautes, das sie umarmt und beruhigt. Wie Tee fürs Hirn. Sie dreht sich in ihre Decke und klappt den Laptop auf. Es dauert etwa zwei Folgen, bis sie überhaupt merkt, dass sie guckt. Nach fünf Folgen ist sie wieder einigermaßen da und in der sechsten Folge gibt es sogar einen Moment, in dem sie beinahe gelächelt hätte. Noch etwa drei Folgen und sie kann vielleicht schlafen. Körperlich ist sie längst dazu bereit. Die Hoffnungslosigkeit hat sie völlig erschöpft. Sie ist sich nicht ganz sicher, wie viele Kalorien so ein Anfall verbrennt, aber es sind bestimmt einige. Vielleicht sollte man das in Cardio-Trainings einbauen, denkt sie. 30 Sit-Ups, 20 Liegestütze und 10 Minuten absolute Hoffnungslosigkeit. Das wäre mal ein Workout. Der Gedanke sorgt wieder beinahe für ein Lächeln. Aber nur beinahe. Auf ihrem Laptop hat die Dunphy-Familie sich gerade für Thanksgiving zusammengefunden. Mitchell reißt seiner Schwester Claire die Medaille vom Hals, nachdem klar wird, dass sie nicht wirklich das Rennen gewonnen hat. Woraufhin Cam, der Mann von Mitchell, offenbart, dass dieser sich nicht in einer heroischen Konfrontation mit Einbrechern verletzt hat, sondern sich aus Versehen selbst mit Nanschakus ins Gesicht gehauen hat. Woraufhin wiederum Mitchell allen erzählt, dass Cam als Trainer geschummelt hat, um seine Mannschaft zum Sieg zu führen und endgültig Chaos ausbricht. Ein Gedanke an ihre eigene Familie drängt sich ihr auf, aber Marie schiebt ihn beiseite. Der nächste Gedanke in der Schlange ist leider nicht besser. Als eine Familie bezeichnet ihr Chef, Heiner, auch ständig die Firma. Und damit ist sie wieder beim letzten Satz, der ansonsten belanglosen Mail, dem Auslöser. Bis morgen, dann endlich mal wieder persönlich. Heiner. Es ist das Wort endlich. Es bedeutet, dass ihr Chef denkt, sie sei viel zu oft im Homeoffice. Dass er weiß, wie wenig sie die Arbeit mag. dass sie viel zu wenig arbeitet, faul ist, sich drückt. Dass alle anderen es auch wissen und Marie hält inne und stemmt sich mit dem letzten bisschen Kraft, das sie noch hat, gegen den Gedankenzug, um ihn zu stoppen. So, wie sie es in der Therapie gelernt hat. Sie sagt sich ganz deutlich Stopp und verbietet sich, weiterzudenken. Extrem banal, aber diesmal funktioniert es auch. Theoretisch müsste sie diesen Moment nun komplett nacharbeiten, sich intensiv mit ihm beschäftigen. Um welches Schema handelt es sich? Was wären produktive Gedanken? Sie müsste ganz tief in sich graben, was mehr Schmerz bedeutet. Aber das schafft sie jetzt nicht. Ihr Energiespeicher ist leer, ihre Schmerzgrenze völlig überschritten. Wie soll das gehen? Wie soll sie das jemals schaffen? Warum kann sie nicht einfach ein neues Gehirn bekommen? Beschädigte Ware bitte einmal umtauschen. Reparieren klappt ja anscheinend nicht. Marie hat irgendwo gelesen, dass wir Menschen mehr über die Zusammensetzung des Universums wissen, als über unser eigenes Gehirn. Das klingt erst mal unglaubwürdig. Das Universum ist unendlich groß. Dagegen wirken Gehirne geradezu handlich. Bei manchen Menschen ist sich Marie sogar sicher, dass sie winzig sind. So viel kann es da doch nicht zu erforschen geben. Vor allem nicht im Vergleich zum Universum. Vielleicht liegt die Krux aber auch darin, dass menschliche Gehirne menschliche Gehirne untersuchen. Sie müssen sich selbst verstehen. Egal, wie groß das Universum ist, es ist eher möglich, einen Elefanten aus einem Sumpf zu ziehen, als sich selbst am eigenen Schopf. Und vielleicht ist es Menschen darum möglich, eine Rakete ins All zu schießen und ganz genau zu berechnen, wo sie wann ankommt, während es bei Medikamenten, die im Gehirn wirken, immer noch heißt, keine Ahnung, ob das funktioniert. Müssen wir mal ausprobieren. Marie nimmt seit etwas mehr als einem Jahr jeden Morgen das Antidepressivum Esquitalopram. Es war das erste Antidepressivum, das ihr neuer und erster Psychiater Herr Reinhard verschrieben hatte. Und zum Glück hilft es ohne große Nebenwirkungen. Erst hat sie zehn Milligramm genommen, seit einigen Monaten nun zwanzig. Eigentlich ist Marie damit sehr zufrieden. Das Medikament stützt sie zwar nicht so, dass sie nie mehr hinfällt, aber es hilft ihr dabei, schnell wieder auf die Beine zu kommen. Gerade hat sie allerdings das Gefühl, im freien Fall zu sein. Denn so etwas Banales wie die Mail von Heiner würde ihr eigentlich nichts anhaben, wenn hinter diesem Auslöser nicht eine schreckliche Ursache stecken würde. Eine Ursache, die seit ungefähr 24 Stunden Maries Stützen gewaltig zum Wackeln bringt und droht, ihr Leben ganz drastisch zu ändern. Eine Ursache, die den Namen Emil trägt. Sie nimmt ihr Handy und wählt seinen Kontakt aus. Tu es nicht, denkt Marie, aber kann sich nicht gegen den Impuls wehren, zum hundertsten Mal die letzte Nachricht, die sie von ihm bekommen hat, anzugucken. Es ist ein Foto, ein Selfie von ihnen beiden im Restaurant. Gestern Abend, als Marie zum ersten Mal ihre Tomaten nicht mit ihm geteilt hat. Auf dem Foto küsst sie Emil auf die Wange und er kneift spielerisch eines seiner smaragdgrünen Augen zu und grinst breit. Emil hat das Foto geschickt mit der Bemerkung Danke für das Jahr und für die Tomaten. Seitdem kann Marie nicht mehr erreichen. Als er auf ihre ersten Nachrichten nicht reagierte, dachte sie sich nichts dabei. Aber dann war heute Morgen plötzlich sein Profilbild verschwunden und ihre Nachrichten kamen gar nicht mehr bei ihm an. Sie hat versucht, ihn anzurufen, doch das Telefon hat nur ein einziges Mal geklingelt und dann sofort beteuert, dass die angerufene Nummer nicht erreichbar sei. Soziale Netzwerke nutzt er nicht. Ohne die angerufene Nummer ist er also wirklich nicht erreichbar. Marie zwingt sich weiterhin ruhig zu bleiben und sagt sich dasselbe, was sie sich heute Morgen, als das Profilbild verschwunden war, immer wieder sagt. Es ist nichts passiert. Jeden Moment wird eine Nachricht kommen, hier ist Emil, sorry, mein Handy ist ins Klo gefallen und kaputt. Das ist meine neue Nummer oder so etwas in der Art. Alles ist gut. Doch was heute Morgen noch vernünftig klang, beruhigt sie nun überhaupt nicht mehr. Mittlerweile ist schließlich ein ganzer Tag vergangen, ohne dass sie etwas von ihm gehört hat. Und plötzlich ist sich Marie sicher, dass sie auch niemals wieder etwas von ihm hören wird. Ihr Magen wird unangenehm schwerelos, wie am höchsten Punkt beim Schaukeln. Emil wird sich nie wieder melden. Emil ist tot. Ihre Haare stellen sich auf. Nein, flüstert Marie, natürlich ist er nicht tot. Na dann eben schwer verletzt, versucht es ihr Gehirn. Im Krankenhaus, im Koma. Marie schafft es erneut zu widersprechen und ruhig zu bleiben, was aber auch nur an der Erschöpfung infolge des letzten Anfalls liegen kann. Er ist nicht tot und nicht schwer verletzt. Aber was dann? Warum meldet er sich nicht? Sie ist die Erinnerung an ihr letztes Treffen tausendmal durchgegangen, hat auf jedes Detail geachtet, hat die letzte Nachricht immer und immer wieder gelesen, wie ein Gebet. Aber sie kommt einfach nicht drauf. Was übersieht sie? Warum hat er von einem Tag auf den anderen den Kontakt abgebrochen? Was ist passiert? Warum ist er plötzlich verschwunden? Wenn sie es nicht besser wüsste, würde sie sagen, er wurde entführt. Aber sie weiß es besser. Es ist erst ein Tag vergangen. Noch kein Grund zur Sorge. Vielleicht hat er gar nicht gemerkt, dass sein Handy kaputt ist und keine Nachrichten mehr durchstellt. wenn er sich morgen nicht bei ihr meldet, geht sie einfach bei ihm vorbei und klingelt. Kein Grund in Panik zu verfallen. Doch dann kommt ihr ein anderer Gedanke. Ein grässlicher Gedanke, der nur auf sie gewartet hat. Was, wenn Emil einfach nicht will, dass sie Kontakt haben? Wenn weder seinem Handy noch ihm etwas passiert ist? Wenn die Beziehung vorbei ist? Aber wer beendet denn so eine Beziehung? Und warum? Es gab keinen Streit, kein irgendwas. Sie hatten einen wunderschönen Jahrestag zusammen im Restaurant. Es gab in letzter Zeit auch keinen größeren Streit, verdammt. Es hat nie einen größeren Streit gegeben. Nur manchmal diese Distanz, diese Kluft, die plötzlich zwischen ihnen auftauchte, wo eigentlich ein Streit hätte sein sollen. Aber das hatte nichts zu bedeuten, oder? So ist Emil eben. Wenn ihm die Emotionen zu viel werden, sperrt er sie ganz aus. Dann wird er kalt und abweisend, statt sich mit ihnen auseinander zu setzen. Und Marie war das bisher insgeheim immer recht. Sie geht Streits gerne aus dem Weg. Das ist bei sehr vielen Paaren bestimmt auch so. Das ist kein Grund, eine Beziehung plötzlich zu beenden. Kein Grund, von heute auf morgen zu verschwinden. Also, was ist dann los? Wo ist er? Marie dreht sich tiefer in ihre Decke. Hör auf, ermahnt sie sich. Nichts ist los. Morgen wird er sich melden. Handy kaputt, viel zu tun gehabt, irgend sowas, irgendwas Banales. Und dann wirst du dich für all die Gedankenspiralen und die übertriebene Panik schämen. Endlich kapituliert ihr Kopf für den Tag und gibt Auf ihrem Laptop hat sich die Dunphy-Familie nach einem spektakulären Zaubertrick von Phil, Claires Mann, versöhnt. Alles ist wieder gut, alle haben sich lieb, sind bereit für die nächste Folge. Noch bevor Folge 8 von Modern Family per Autoplay gestartet wird, driftet Marie in einen kalten, leeren Schlaf. Dabei waren ihre Ängste berechtigt. Emil wird sich nie wieder bei ihr melden. Er wird sich untertitel